ja welt das hat nicht so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe ich hätte wohl doch nicht mineralwasser medium nehmen sollen sondern mineralwasser voll sprudel ich wollte nämlich im grunde nur darauf aufmerksam machen mit diesem kleinen intro guck mal wie blau der himmel ist oder ist das geil mit diesem kleinen intro nur darauf aufmerksam machen dass man sich ab und zu auch mal eine öffnungsorgie gönnen muss aber dazu hätte die flasche mehr spritzen müssen das gebe ich zu naja ich fahre jetzt jedenfalls heim war schon wieder einkaufen in dem neuen kaufland in bockum höfel 1 war dieses kaufland real jetzt ist es fiktiv nein jetzt ist die sonne jetzt ist es kaufland hier steht ein plakat der laden ist noch nicht ganz optimal aber unsere preise schon kein schlechter claim nicht genial aber auch ganz gut ich bin zufrieden auch wenn es für mich natürlich immer wieder eine herausforderung ist ein komplett neu eingeräumten geschäft dann die dinge wieder zu finden weil in meinem kopf herrscht natürlich herrschen all die jahre in denen das hier real war und jetzt ist diese schablone immer noch in meinem kopf das heißt ich laufe durch eine kulisse die nicht mehr real ist und muss mich trotzdem im leben der derzeitigen wirklichkeit im kaufland zurecht finden ja wir sind in einem kaufland gelandet denn wo vieles verboten ist ist ja kaufen noch erlaubt und ich sag euch eins wir haben pandemie und so sieht es auch aus also die menschen verstecken sich niemand ist im kaufland und im gartencenter nehmen an jetzt wo der frühling kommt wo man die blumenkübel fertig machen muss und die gärten gähmende leere nein natürlich nicht im gartencenter war es so voll das war wie volksfest und im real war es noch voller zwei meter abstand verwandelte sich in autoscooter gebumper mit dem mit den einkaufswagen und das ist für mich ja irgendwie also wenn man mir als kind gesagt hätte pass mal auf du wirst im erwachsenenalter eine pandemie erleben ja einen absoluten ausnahmezustand ich hätte mir vorgestellt bretter vor den fenstern schießschadenäugige menschen dahinter ja auf den straßen nur noch die die nirgendwo rein können so i am legend mäßig aber hier gartencenter party das ist halt auch nicht real wenn jetzt in dem gartencenter die masken nicht gewesen wären ich hätte überhaupt keine keine gedacht was ist los ausnahmezustand komische fantasien auf dem weg gehabt zum beispiel ob das auch so wäre bei der zombie apokalypse dass man quasi bullenfänger pflicht hat am auto und auf dem weg zum zu den märkten im kaufland in dem man noch kaufen darf bumpert man über diese ganzen zombies rüber ja bis man dann auf den parkplatz fährt der irgendwie geschützt wird von so ein paar sicherheitsleuten die dann durch den zaun hindurch in die hirne stechen aber dann drinnen kauft man halt ganz normal seinen belandris blumenerde und die frischen gebieten wobei gebunden wird nicht mehr also im blumenland vorne selbst da werden die losen blumen nur noch lose verkauft da steht ganz klar unsere mitarbeiter machen keine sträuße mehr alleine die oberfläche des straußes zum beispiel und das verweilen beim binden des straußes fördern ja die pandemie nicht die ganzen neunjährigen die fröhlich rufend in den kinderwagen sitzen nasen und mund frei und auch sonst sehr frei im denken und auch nicht diese groß gewachsenen ostwestfälischen gewindehersteller die die maske wo halt der kopf so groß ist dass die maske nur unter die nase passt die sind hygienisch aber ich will nicht lästern das video wird zu lang ich wünsche euch wunderbares wochenende schalke hat immerhin den ersten druck geholt mit dem neuen trainer das heißt er kann noch 1,25 punkte holen bevor er gefeuert wird das ist schon mal ein gutes zeichen ansonsten wenn ihr nicht auf dem land lebt wie wir hier alle menschen die heute im gartencenter und im real sind das nicht mehr real ist sondern ein irreales kaufland wenn ihr also in der stadt lebt dann setzt euch diesen stress nicht aus nimmt endlich vernunft an macht euch accounts auch bei picknick bei salando bei amazon habt ihr ja sowieso schon alle auch wenn es nicht zu gibt bei flaschenpost und bei all den anderen bei lieferando natürlich sowieso rollo runter warcraft an oder minecraft oder fortnite und dann ab ins leben bis später